So, hallo Leute und willkommen zu einer Runde des Survival Games auf dem MyPack Server. Mit dem... Guckst du ja, hallo. 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 Welchen Kit hast du? Brawler. Brawler, der ist scheiße. Nein, der ist voll gut mit dem Knobbeck da. Wenn dir jemand folgt, so einfach weg. Weg verschen, Leute. Weg. So. Ja. Nein, das ist die Kack-Map. Nein, ich finde die gut. Ich finde die besser wie die anderen. Nein, das ist die Kackse im Map. Uh, Steinschwert. Ich habe gar nichts bekommen, aber sowas von gar nichts. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Komm, 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 komm. Geh nach links, nach links. Hast du Steinschwert? Ja. Geil. Mein Plex ist normalerweise ziemlich einfach. Ja. Jo. Die Spieler sind so... Noobs. Ah, ich habe noch ein Steinschwert. LoL und Eisenboostmanager. Gib mir. Wo bist du? Hast du einen Diamant? Nee. Ich habe gar nichts, weil du mir gesagt hast, dass du mir folgst. Ach so. Wo bist du? Ah, da, hier. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Gib mir was. Danke. So, jetzt geht's weiter. Heute Abend kommt Stream. Ich packe den Link in die Beschreibung. Falls ihr mitspielen wollt. Ja, ich habe eine Bootsmanager. Hä, wo hast du die Kiste gefunden, Alter? Da. Bist du blind? Hier. Scheiß drauf, egal. Wie gesagt, heute Abend ist Stream. Wenn jemand mitspielen will, soll er mich anschreiben. Ja. Wir haben auch Teamspeak-Server, das heißt, das geht alles klar. Ja. Ich brauche was zu essen, ey. Ich habe hier ein Brot. Nee, nee, komm. Lass mal eine Kiste suchen. Brot hier ab, äh, nichts. So dummer, Alter. Ich glaube, hier war schon jemand. Ich mag hier nicht. Ist hier noch eine Kiste mit mir, oder? Ja. Nein. Weiter geht's? Da ist eine Kiste, Alter. Ey. Hier. Ehrlich? Nee, warte, ich zeig dir. Ich bin einfach blind. Ich muss das sagen, ich muss das sagen. Hier. Ach so, okay. Ja, ich bin ein bisschen blind. Hier ein Brot, hier ein Brot. Danke. Weiter geht's. Hier ein Helm für dich. Hast du einen Helm? Danke. Nö. Ich habe gar nichts, Alter. Du machst die ganzen Kisten für mich ab. Ja, so. Hier ist ein Spieler. Wo, wo? Wo, wo? Hier, hier, hier. Und? Er ist fast tot, ne? Tot. Da ist noch einer. Ah, hol ich mal. Lol, what the fuck? Was? Das ist aber auch Force-Feed oder Killer-Ura-Ding. Hä? Ein Hacker. Warum? Ja, der hat mich 20 Mal gehicknet, man, hintereinander. Hä? Kann sein, ich habe Iron Necks und so. Das ist nicht normal. Das hieß, genau so stark wie ein Steinschwert. Außer mit Steinschwert kannst du, äh, Dings. Hittet blocken. So, ja, genau. Hittet blocken für den Namen. Wir waren Leute überratet. Loll. Er ist ein Spieler. Ne, komm. Ach nein, das bist du. Da seht noch ein paar Kisten, ne? Ne, komm. Ich brauche was zu essen, ne? Ich brauche was zu essen, ne? Ich habe ein bisschen Scheiße bekommen. Hier. Was ist? Essen hier. Nein. Ja, danke. Der ist verrottet. Ja, kein Problem, Alter. Schmeckt gut. Äh, Supply Drop, komm wir gehen. Ja, ich habe Kompost. Ich habe Kompost. Geil. Ich würde den auch ohne Kompost finden, aber egal. Nein. Doch. Nein. Da oben ist noch eine Kiste. Ne, ich gehe zum Supply. Wo ist der? Wie weit weg? Keine Ahnung. 200 Blöcke. 105. 108. Prost. 30. 120. 100. Ich habe Marcel schon lange nicht mehr gehört, ey. Was? Ich habe schon lange nicht mehr mit Marcel gespielt. Irgendwie. Wer ist Marcel? Marcel? Nein. Alle machen sich dieses Video nicht mehr. Link ist in der Beschreibung. Hier ist ein Spieler. Hier sind zwei Spieler. Ja, das ist Supply. Alter. Ich sterbe, ja. Ich habe nichts zu essen, ne? Ich bin irgendwo im Arsch der Welt, ne? Hier sind zwei Spieler, ne? Hier. Hier ist nur ein dritter. Alter, ich bin im Arsch, ne? Ich glaube, ich Supply-Kiste. Zwei Eisenschweck, ne? Geil. Hier ist ein Spieler. Komm, helf mir. Der ist tot. Der ist tot, okay. Der ist tot. Der ist tot. Ja, ja, der ist tot. Komm runter, komm runter, komm runter. Wo, 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 wo. Ähm, beim Wasser runter. Ich komme hoch, ich komme hoch. Kriegst du die? Ich ficken. Ich ficken. Ich ficken. Ich habe nichts zu essen, ne? Geil tot. Lol, der hat voll viel essen, Alter. Gib mir was. Wo bist du? Jetzt bin ich extra. Ich sterbe. Ich sterbe. Halbes Herz, Alter. Halbes Herz. Halbes Herz. War das knapp, Digga. Ich shoppe schon weniger. Das wär jetzt dumm. Ich habe zwei Level. Weißt du hier, wo die Ender-Dings sind? Keine Ahnung, ich habe auch zwei Level. Nein. Fast drei. Da ist ein Spieler. Hier ist jemand hier. Den kriegen wir. Lol. Hallo? Schläge. Tot. Hier ist noch einer. Der hat voll zaubert. Der hat voll zaubert. Was? 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 Alter. Ich klicke den. Sicher? Ja. Oh, meine Eltern sind da. Ich mach größeres Tschüsschen nachher. Jetzt kommen die wieder. Ich weiß nicht, Alter. Ähm, hier sind Spieler im Spawn. Äh, komm zum Spawn, komm zum Spawn. Ja, ich komm. Da liegt noch Geh, ne? Der hat Eisenhammer und so. Ich bin im Spawn. Am Spawn ist eine Ender-Chance, ne? Das muss ich sagen. Deathmatch geht sowieso gleich los. Eisenschwert, Knockback 1, Alter. Das ist scheiße. Was haben wir mit meinen Spawn? Sharpness 1, Sky. Ich hab Sharpness 1. Ich mach kurz die Tür zu, ne? Ja. So, das muss ich auch meine. Alle kriegen die Schuhe. Sky. Ja. So, Deathmatch geht sowieso gleich los. Ich hab nichts mehr zu essen. Hast du noch was? Ei, ei, öff. Ne. Ich hab 5 Weizen, Alter, aber ich weiß. Keine Ahnung. Ich hab 2 Weizen. Walkbangers. 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 Da unten ist er. So. Den kriegen wir, den kriegen wir. Nein, schlag ihn nicht, das Knockback. Das Knockback. Nein, ich hab Schrafenes. Ach so. Leute, der wird sowieso nicht nach hinten gepusht irgendwie bei ihm. Lol, Alter. Lol, Alter. Warum stirbt der nicht, Alter? Was denn das für ein Hacker? Das ist sowas von, ne? Übels, evils Hacker. Hacker. Der stirbt nicht, Alter. Ey, 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 ey. Ne, Hacker. 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 Oh mein Gott, was ein Hacker. Kaip. Es wurde ... So, hallo Leute, und Willkommen zu einer weiteren Folge von den Survival Games auf dem Minepac Server. Und weil wir vorhin von einem Hacker gekillt worden sind, hänge ich jetzt noch die Runde dran. und da geht er für diesen ganz kind so heute abend ist alt habe ich jetzt bekackt steuern schwert und kapitel rüstung angeblich warum kann ich die richtung nicht anziehen okay lag aber ja ich bin bei der windmühle bei der richtigen windmühle ja keine ahnung das gibt mehrere ja bei der richtigen die du vorhin gemeint hast 50 alter ich hab kein halb und ketten brustpanzer und steinschwerden die kuchen doch er ist ein erz ein erz was passiert ein erz was passiert ein guter gespürt die kürzlische kürzlisch kürzlisch ist ja aber ein kompass wo sind die spieler okay ich habe volle rüstung ne volle fast volle ketten rüstung der sky diese runde gewinnen nein die runde gewinnen wir jetzt ich bin in dem kleinen shakateki dorf oder wie das heißt ich glaube ich bin in deinem schossdorf alter du bist jetzt gerade weg von der micro gang glaube ich sorry 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 ist jetzt wieder gut ich habe gerade zwei spieler kehrt 2 2 ja ich kann die nicht töten weiter geht's ich habe einen diamant gefunden hast du noch einen diamanten ich habe 15 fehler nachher treffen wir uns aus vorne ich habe schicken wenn ich nicht ich habe noch ein stein schweb was ich weiß ich weiß ja ok also ich bin krass ich habe so viele marscheln also ich habe einen pfeil das ist eine scheiße in der kiste ich habe noch einen ironing gefunden noch ein bogen nein noch ein brot ich mach mal ein brot in die hotbach alter lag 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 nein nein gar nicht komm zum sport ja alles klar alter die kisten sind so komisch alter hier also nicht die kisten sondern die türen hallo ja hast du einen brustpanzer nein ok dann bist du das nicht ich sehe den namen jetzt nicht supply supply drop wir treffen uns am supply drop ich bin schon da ehrlich ja was hast du komm ja der ist noch nicht gedrobt alter das muss ich nicht sagen hier ist ein spieler falls ich erstmal hier rauf kommen würde hier ist noch ein spieler kommt schon zu fly alter ich bin alleine ja fuck ey scheißwasser ich bin hinter dem schuh weißt du wo das super ist äh nö nö hier ist jemand hier ist jemand oh hier ist jemand eisenbruch und bogen ja ich glaub den hab ich hat der auch eisen helm nein nö dann ist es nicht der fick ich fick ich fick ich fick ich fick ich fick ich ich fick beide ich fick beide nicht sterben bitte nicht sterben ja vier herzen bist du nö nö wo ist der supply drop ich hab kein kompass diamant ex geil und äh eisenhose warum wenn man was ist ähm wird das schwert wieder ganz also die ganze keine ahnung fragt mich die ganzen boffen ich bin hier nie fast nie auf meinem pleck wo dann heif pff heif ich scheiße ja ja ok komm zum spawner ich komme ich komme was ich nicht hast du einen eisenbruch äh ne ok jetzt muss ich noch einen spieler finden äh es ist eben ja äh mein Name ist hä wo ich spawnen ich bin ich bin spieler bist du das keine ahnung nö glaub ich nicht dass du bist nö getroffen ich bin tot ich hab eisen brustpanzer so ich hab 2 nein halt darum alter warum und bist du ich weiß nicht alter wer hat mich an wichser ich kann mein meiner ich gehe mal ich kraft mir mein eisenschwetter ja ich komme moment ist in der crafting table und guck schau wie gut das versteckt ist alter da ich suche eine crafting table nicht deathmatch beginnen kein deathmatch beginn wie kann man das beginnen ähm slash dm der stelle als ein frisser wichser so ähm äußenschwert wie kommt man an jeden schatten table ich muss entscheiden wagen mein kleck ähm das schnee kommt ne scheiß drauf da kommt man die schrann alter keine ahnung alter aber da ist ein schaffling da kommt man die schrann dinge ich weiß warum es von sieht noch vier stück nehmen muss nur ein bisschen hüpfen ich gehe zum sparen ich darf mich bringen sowieso jetzt wir machen einfach verkaufen mit der Sorge Focker nicht getroffen ich gehe von der anderen Seite so Combo Wombo Combo Wombo der hat noch einen Eisenhem lass mir den mach einfach ohne Rüstung dann ist der oder ohne Rüstung und Stein und äh Holzschweb oder ohne Rüstung und Holzschweb ja können wir machen ok Holzschweb ich habe kein Holzschweb äh ein Goldschweb äh hab ich nicht hier hier noch eins ist gut ist gut ja alter ich bin 0 ja dann ist was gut noch das will ich ja nicht lange ziehen ähm ok 3 warte 3 2 3 2 1 ja alter ne 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 doch Bogen gilt ne alter ich hab keine Ruhe entferne ich hab kein weit bringt auch mit ja aber ohne Gegner ja auch in der Bühne um mehr Ich hab gewonnen Egal Auf Wiedersehen Bis zur nächsten